Hallo und Willkommen zur Alben Revue. Da ich mich gerade in diesem Yes Tunnel mit den Revues befinde, wollte ich noch eine kleine Weile weitermachen. Aber auch mit dem Ziel, mich dann irgendwann wieder anderen Bands und Alben zu widmen. Zuletzt ging es um Big Generator, ein Album, das durchaus erfolgreich war, doch für eingefleischte Fans irgendwie auch unzugänglich. In gewisser Weise markiert Big Generator einen Punkt in der Yes-Geschichte, an dem sich die Band am weitesten von jeglichem Progressive-Rock-Format entfernt befand. Und die Entstehung des Albums Big Generator war eher mühsam und bestand aus mehreren Anläufen. Die Aufnahmen gingen damals von Italien über London, wo Trevor Horn das Projekt verließ, bis nach Los Angeles. Erst dort konnte Trevor Rabin nach zweieinhalb Jahren das Album fertig machen. Jahrzehnte später hat er erzählt, dass das Ganze für ihn vollkommen traumatisierend war und ihm waschechte Magengeschwüre eingebracht hatte. Was lange Zeit nicht bekannt war, war, dass Trevor Rabin von der Idee geradezu besessen war, nach der Fertigstellung des Albums diese verrückte Band wieder zu verlassen. Und zwar um jeden Preis etwas, das ihm seine Frau und sein Management nur sehr mühsam ausgeredet haben. Yes tourte dann im Winter 1987 und Frühling 1988 mit dem Album. Verglichen mit anderen Touren war das hier eine eher, zumindest konzeptionell, eher einfach gehaltene Tournee ohne aufwändigen Schnickschnack. Die Band wollte einfach live spielen und die Schlüsselfiguren in der Band schienen einfach zu erschöpft oder ausgelaugt zu sein für irgendwelche grandiosen Visionen. Nach einem Konzert in Florida brach dann Trevor Rabin auch komplett hinter der Bühne zusammen und eine ganze Reihe aus Konzerten der nächsten Tage musste abgesagt werden, weil er letztendlich zu erschöpft und zu krank war. Im Mai 1988 spielte Yes noch im Madison Square Garden bei dem 40-jährigen Jubiläum von Atlantic Records, dessen zentrales Rennpferd Yes ja jahrzehntelang gewesen ist. Nach dem kurzen Auftritt, Yes spielten dabei fünf Lieder, stieg John Anderson aus der Band aus. Damit beginnt eine seltsame, wenn auch sichtlich spannende Ära in der Yes-Geschichte, die uns damals alle überraschte, aber gleichzeitig irgendwie auch hervorragend unterhielt. Denn Anderson verlagerte sich zurück nach London, wo er drei der verbleibenden Mitglieder von Yes zusammenbrachte, um eine Art Yes 2.0 zu gründen. Angeblich kam ihm die Idee in Griechenland, während er dort Urlaub machte und mit Vangelis Musik schrieb. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Die Yes-Geschichte ist immer so voller Episoden und Anekdoten, die nicht so ganz nachprüfbar sind. Man muss es aber John Anderson schon lassen, immer wieder mit vollkommen überraschenden und querulantischen Ideen anzukommen. Er war vermutlich, also nicht nur vermutlich, mit Sicherheit über seine Rolle in der undurchsichtigen Big-Generator-Produktion verbittert, wo man es extra darauf anlegte, ihn relativ fern der Produktionsprozesse zu halten, was er so nicht gewohnt war. Gleichzeitig war es schon immer ein riskantes Spiel, den Sänger einer Band zu antagonisieren oder zu marginalisieren, denn er konnte immer seinen Ausstieg drohen. Und Yes ohne Anderson galt immer als ein riesiges Problem. Das Timing war einfach verführerisch, denn die drei Ex-Yes-Männer befanden sich alle, in bestimmten Phasen ihres Lebens und ihrer Karrieren, die einer solchen Expedition entgegenkamen. Es war einfach ein sehr verführerisches Timing. Steve Howe war zwar die erste Hälfte der 80er Jahre in Asia eingespannt, aber angeblich konnte er sich mit John Whetton nicht vertragen und seine Folgeband GTR schlug keine allzu großen Wellen und begann in 1988 langsam aber sicher zu zerfallen. Bill Bruford war zwar bis 1984 mit King Crimson beschäftigt, doch die Band befand sich wieder einmal in einem mehrjährigen Hiatus. Dafür hatte Bruford seine eigene Band Earthworks. Doch das war eine Jazz- und Fusion-Band, die live vor ein paar hundert Leuten spielte und somit würde Bruford eine kräftige Finanzspritze nicht verschmähen. Doch das galt bei niemandem mehr als bei Rick Wakeman. Wakeman war zwar hyperaktiv in den 80ern, doch er hatte grundsätzlich drei Probleme. Erstens, er hatte einen extravaganten, kostspieligen Lifestyle. Zweitens, er war ein ernsthafter Alkoholiker. Und drittens, er war bereits mehrmals geschieden. Somit war Wakeman in der zweiten Hälfte der 80er de facto pleite, doch seit 1985 immerhin trocken und als Abstinenzler unterwegs. Aber man erkennt an der chaotischen und manchmal nicht sehr reizvollen Diskographie jener Jahre, dass er eine Menge Versuche unternahm, sein Schicksal in den Griff zu bekommen. Ich meine da insbesondere seine New Age CDs, die vollkommen unverdaulich sind. Aber ich muss auch gestehen, dass es mir ein wenig Spaß macht, mich in diese mehr obskure Wakeman-Diskographie zu vertiefen. Und ich finde da schon auch interessante Sachen dabei. Es ist ein herrlich chaotisches Abenteuer, auch wenn die Produktion dieser Alben manchmal mehr der Aufnahme von Library Music ähnelte. Ich muss eine endlosen Piano-Alben und Gospel-Musik-Alben nicht haben. Doch solange die CD oder die Schallplatte konzeptionell ein waschechtes Album vermuten lässt, höre ich garantiert interessiert rein, und zwar ohne Vorurteile. Und auf diese Weise hatte ich mir über die Jahrzehnte sogar Wakemans extrem abstrusen 80er-Jahre-Katalog erschlossen. Das könnte man als Masochismus interpretieren, aber da sind schon ein paar interessante Sachen dabei. Wie auch immer, in 1989 hatte Rick Wakeman fast gar nicht die Wahl, um John Anderson Nein zu sagen. In Wirklichkeit muss das für ihn wie ein rettender Blitz aus dem heiteren Himmel gekommen sein. Es gibt einige amüsante Interviews mit Bill Bruford, der sich erinnerte, wie die erste Bandbesprechung auf dem Flughafen in London stattfand mit dem ehemaligen Yes-Manager Brian Lane, den Anderson ebenfalls ins Boot holte. Warum Flughafen, warum London, das weiß ich nicht mit Gewissheit. Ich vermute, das hat sehr viel damit zu tun, dass Rick Wakeman zu dem Zeitpunkt immer noch im Steuerexil lebte, also de facto als Schweizer. Und wenn man so seinen Wohnsitz verlegte, hatte das oft zufolge, dass man nur eine bestimmte Art an Tagen in seiner eigentlichen Heimat verbringen durfte. Ich glaube, in Deutschland sind das sowas wie 180 Tage im Jahr oder sowas. Aber es bedeutet, dass möglicherweise 89 für Wakeman die Zahl dieser Tage bereits abgeschöpft war und somit nur noch die internationalen Gewässer einer Airline-Lounge auf dem Flughafen betreten durfte, weil er sonst möglicherweise gesehen werden würde und dann plötzlich Post vom britischen Finanzamt bekäme. Wie auch immer. Bruford traf also auf dem Flughafen ein in der Annahme, dass er Schlagzeug auf einem neuen Solo-Album von John Anderson spielen soll. Doch in der Airline-Lounge saßen bereits in höchst konspirativer Manier Steve Howe und Rick Wakeman. Lasst mich raten, soll Bruford gesagt haben, ihr seid alle hier, um auf Johns neuer Platte zu spielen. Er konnte natürlich nicht ahnen, dass die Verschwörung noch viel tiefer ging. Das in USA verbleibende Quartett aus Squire, Rabin, Alan White und Tony Kaye wurde fortan von den Mannen um John Anderson als Yes West bezeichnet. Und ähnlich wie bei päpstlichen Schismen des Mittelalters, als es Päpste und Gegenpäpste in Rom, Ravenna und Avignon gab, gab es fortan eine vierköpfige Gruppe in Kalifornien, sozusagen Yes West und eine inoffizielle vierköpfige Gruppe in London, die allerdings nie Yes East genannt wurde. Überhaupt konnten sie sich nicht Yes nennen, denn dies hatte Chris Squire sogleich mit Hilfe von Rechtsanwälten untersagt. Und während Yes West in Kalifornien das Problem hatten, keinen Sänger zu haben und tatsächlich verschiedene Sänger in Betracht zogen, im Gespräch war zum Beispiel Roger Hodgson von Supertramp, hatten die östlichen Yes das ähnliche Problem, dass sie nicht Chris Squire hatten. Hierbei allerdings richtete sich der Blick relativ schnell auf Bill Bruford. Bruford hatte jahrelang mit den unglaublichsten Bassisten dieser Ära gespielt, angefangen mit Chris Squire, über John Whetton, Jeff Berlin bis zu Tony Levin. Und so brachte Bruford Tony Levin an Bord, der de facto ein Yes Mitglied werden würde. Und ja, mir ist vollkommen egal, was auf der Plattenhülle steht. Wenn Big Generator ein Yes Album sein soll, dann ist das hier zehnmal mehr ein Yes Album. Und so entstand ABWH, besser bekannt als Anderson Bruford, Wakeman & Howe. Was die Rezeption und Bewertung der Musik betrifft, versuche ich immer erstmal meine eigene Erinnerung herauf zu beschwören, wie damals die Musik auf mich wirkte, bevor ich mich vielleicht dem zuwende, wie diese Musik heute auf mich wirkt. In gewisser Weise hatte diese Platte drei großartige Pluspunkte. Erstens, verglichen mit der musikalischen Natur von Big Generator, war das hier ein frischer Atemzug für alle, die mehr der komplexeren Musik zugeneigt waren. Zweitens, das Album hat einen tollen Sound und insbesondere diese Originalpressung, die ich mir damals gleich am ersten Tag gekauft hatte, klingt unglaublich gut. Das ist eine der am besten klingenden Vinyl-Scheiben, die ich in meiner Sammlung habe. Ich kann mich daran erinnern, das machte wirklich einen Eindruck damals. Und drittens, plötzlich war wieder Roger Dean da, mit seinem atmosphärischen Cover-Design. Und das gab der ganzen Sache viel Glaubwürdigkeit. Ich will jetzt aber auch nicht in eine ständige Begeisterungshysterie bei diesem Album verfallen, aber es hatte wohl viel damit zu tun, dass Big Generator die Messlatte für mich ganz schön nach unten verschoben hatte. Und die Musik empfand ich damals stellenweise sehr faszinierend und spannend, zu weiten Teilen aber auch etwas verwirrend. Doch in jeder Hinsicht schockierend bezüglich des Produktions-Sounds, der nun mit allem brach, was man sich von einer Pro-Grog-Band wünschte. Denn in gewisser Weise könnte man das Argument anbringen, dass ABWH produktionstechnisch noch zehnmal schlimmer klingt als Big Generator. Nicht in Bezug auf Klangqualität, denn beide Alben klingen großartig, sondern in Bezug auf Klangästhetik. Denn diese Produktion ist tief in dem extrem künstlichen Sound der späten 80er angesiedelt. Man könnte sogar etwas sarkastisch sein und sagen, dass es Alben wie diese hier waren, weshalb überhaupt Grunge entstanden ist. Aber das nur am Rande. Warum mir dieses Album dennoch viel besser gefällt als Big Generator hat mehr damit zu tun, dass die Kompositionen einfach wagemutiger und wagemutiger und damit interessanter sind. Mit Anderson an der Spitze des Projekts haben wir es wieder mit allerlei Verrücktheiten zu tun. Und diese sind manchmal etwas albern und manchmal sichtlich großartig. Doch immerhin nimmt hier John Anderson eben Risiken in Kauf. Und das ist doch worum es geht. Das Album ist nicht epochal, aber es ist verdammt spannend. Das Album beginnt mit dem Stück Themes. Eine Komposition, die mit einem großartigen Pianosound anfängt, der enigmatisch und mysteriös daherkommt. Nach einer Minute senkt sich dann Bill Brufords Schlagzeug über uns herab und die Maske fällt dabei, denn es erklingt das elektronischste 80er Jahre Schlagzeug, das jemals aufgenommen wurde. Und das ist etwas, worauf man sich auf diesem Album einstellen muss. Diese Band versucht nicht wie die 70er zu klingen. Das Schlagzeug klingt mehr wie eine Scott-Aitken & Waterman Produktion, doch eben mit Bill Brufords technischer Sensibilität für Polyrhythmen und komplexer Muster. Und Wakemans Keyboards sind hier großartig. Steve Howe hält sich eher bedeckt und nur ganz wenig von seinen berüchtigten Manierismen machen sich hier bemerkbar. Das Lied ist interessant und gar nicht so schlecht. Es ist ein solider Opener. Das zweite Stück, Fist of Fire, ist bereits ein echtes Highlight auf diesem Album. Diese Art von Sound hätte ich tatsächlich auf dem Folgealbum zu 90125 erwartet. Ein sich empörender, leicht finsterer und martialischer Song mit großartigem Gesang von John Anderson und hervorragenden Keyboards von Wakeman. Das dritte Stück ist endlich auch mal etwas längeres, nämlich das 10-minütige Brother of Mine. Und das ist eine interessante, durchwachsene Komposition, die mit einem typischen John-Anderson-Pathos beginnt. Der erste Satz, genannt The Big Dream, hat eine großartige, elegische Atmosphäre mit einem zurückhaltenden, aber sehr, sehr geschmackvollen Gitarren-Funk, der aber so gar nicht nach Steve Howe klingt, was mich zu der Vermutung anstiftet, dass das Milton MacDonald ist, der in den Liner Notes als Rhythmus-Gitarist geführt wird. Darüber schlängelt sich allerdings ein charmantes, kurzes Steve-Howe-Gitarren-Solo. Tony Levin scheint hier seinen Chapman-Stick zu spielen. Und das hier ist eine der Stellen, die seinem Bassspiel auch gerecht wird. Denn, um ehrlich zu sein, und das ist für mich eine der großen Schwächen dieses Albums, dass sie sich einen der aufregendsten Bassisten der Welt ins Studio geholt haben, aber ihn dann Hintergrundmusik machen lassen, die jeder beliebige Studio-Bassist hätte spielen können. Aber hier ist sein Spiel deutlich auffälliger. Wenn es auch nicht schaden kann, vielleicht ein wenig die Hand auf den Equalizer zu legen und Tony Levin etwas mehr Profil zu geben. Der zweite Satz, Nothing Can Come Between Us, klingt sehr typisch nach John Anderson, doch das ist nicht unbedingt als Kritik gemeint. Dieser mittlere Part ist zwar ein wenig corny, aber klingt auch sehr erhaben, insbesondere wenn Steve Howe sein Solo spielt. Der dritte Satz dieser Komposition mit dem Untertitel Long Lost Brother of Mine ist nicht so ganz meine Geschmacksrichtung. Aber es ist sehr spannend aufgenommen, das muss ich zugeben. Die Produktion hier ist wirklich hervorragend. Dieser dritte Satz hat interessanterweise auch Jeffrey Downs als fünften Mitkomponist, was mich vermuten lässt, dass das Rückgrat dieses Abschnitts ursprünglich von Steve Howe und Jeffrey Downs aus deren Asia-Zeit stammt und vielleicht etwas war, was vielleicht Whetton oder Palmer abgelehnt haben. Spekulationen. Alles in allem würde ich sagen, dass Brother of Mine in seinem grandiosen Auftreten und Produktionsstil irgendwie schon auch ein Highlight auf diesem Album ist. Diese 10 Minuten haben einige sehr starke Momente. Und damit kommen wir zu meinem Lieblingstrack auf dieser Platte, Birthright. Erneut geschrieben von der ganzen Band, aber als fünften Co-Writer kann man in den Leinernotes Max Bacon geführt finden, der mit Steve Howe und Steve Hackett der Sänger der Band GTR war. Also vermutlich auch ein Song, dessen ursprüngliches Fragment Steve Howe aus seiner vorherigen Band mitgebracht hatte, könnte ich mir vorstellen. Diese Nummer klingt einfach nur großartig. Kompositorisch, stilistisch, produktionstechnisch. Dieses Stück ist einfach gigantisch und zahlt so perfekt auf den Zeitgeist von 1989 ein. Und während die ganze Welt sich mit dem Niedergang der Sowjetunion beschäftigte, sang John Anderson hier die Zeile, This world is not big enough for stars and stripes. Kudos. Und dann bei 3,50 bricht das geisteskrankste Keyboard-Solo aus, das Rick Wakeman jemals eingespielt hatte. Einfach nur geile Mucke. Tribal, düster, aggressiv. Die A-Seite findet dann Abschluss in einer wirklich sanftmütigen Ballade mit dem Titel The Meeting. Und das kommt nach dem energetischen und kampfeslustigen Birthright eigentlich genau richtig. Hier kann Rick Wakeman mal etwas von dem schnulzigen Piano-Sound spielen, der in genau jenen Jahren sehr vorrangig zu seinem Repertoire gehörte. Aber ich will nicht zynisch sein. Es ist eine charmante Nummer, die durchaus an Yes in den Zeiten von Going for the One und Tormato erinnert. Und dann ist die A-Seite vorbei. Ich muss gestehen, dass die B-Seite für mich etwas unterfordernd beginnt. Quartet ist eine kleine vierteilige Suite, die knapp 10 Minuten dauert. Der erste Satz, I wanna learn, hat ein nettes Gitarren-Solo von Steve Howe, ist aber ansonsten etwas langweilig. Das zweite Thema, She Gives Me Love, ist totaler Pop-Kitsch und klingt massiv wie etwas, das sonst auf einer Solo-Platte von John Anderson gelandet wäre. Aber auch hier gilt es zu sagen, dass die Produktionsqualität wirklich betörend ist. Das dritte Thema, Who Was The First, ist recht quirlig, während das vierte Thema ein sanftmütiges Arrangement ist, das wieder einmal unter Beweis stellt, wer der beste Sänger der Rockgeschichte ist. Und ein Orchester schält sich da im Hintergrund hervor. Alles in allem, Quartet ist nicht unbedingt mein Lieblingsabschnitt auf dieser Platte, aber man kann hier auch nicht so viel kritisieren, finde ich. Und nun kommt Teague Bois, die seltsamste Nummer, die diese Verbindung aus Musikern jemals aufgenommen hat. Es musste unbedingt Kalypso sein. Eigentlich mag ich Kalypso, aber das hier ist so eine Art proggige Version von Kalypso und das Stück ist durch und durch seltsam. Das ist ein echter, schräger Deep Cut. Ich weiß nach über 30 Jahren immer noch nicht, was ich davon halten soll. Insbesondere, weshalb es 7 Minuten 40 lang ist, anstelle von 2 Minuten 50. Es gibt ein paar sehr lässige Requakement Parts in dieser Nummer, aber es ist auch nicht die Art von Stück, das ich dann um jeden Preis überspringen muss. Gefällt es mir? Nein, aber irgendwie kann ich auch nicht abschalten, wenn ich es höre. Etwas daran ist seltsam verlockend. Ich schätze, dass es wie YouTube-Videos mit Autounfällen. Aber in aller Fairness muss ich sagen, dass das gesamte Arrangement durchaus komplex und aufwendig ist. Insbesondere der mittlere Teil, der dann plötzlich mit so einem eigenen Gospelchor aufwartet und allerlei Percussions zum Ausdruck bringt, gespielt von Bill Bruford. Ich schätze, wenn sich der anfängliche Schock gelegt hat, dass man de facto einer Yes-Nummer lauscht, die im Calypso-Stil komponiert würde, kann man in diesem Stück durchaus interessante Momente finden. Doch, ich will auch nicht übertreiben. Es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, heute muss ich unbedingt Tic Boa hören. Nun, damit kommen wir langsam zum Finale des Albums. Der vorletzten Nummer mit dem Titel Order of the Universe, ebenfalls eine Suite aus vier Teilen und insgesamt neun Minuten lang. Das erste Thema beginnt mit paar geschmackvollen Gitarrensolos von Steve Howe, der auf diesem Album deutlich unauffälliger ist als auf anderen Produktionen. Aber vor allem fällt auf, dass er auf seine typischen Mannerismen verzichtet und mehr wie ein Hardrock-Gitarrist daherkommt. Sein Stil ist sehr der Art des Spiels ähnlich, wie er es eben bei Asia und GTR praktiziert hatte. Der zweite Satz trägt den Titel Rock Gives Courage. Das ist dann ein frontaler Spät-80er-MTV-Sound und es klingt ganz witzig, solange ich es nur alle paar Jahre hören muss, um ehrlich zu sein. Das dritte Thema It's so hard to grow ist noch härter und man könnte fast meinen, John Anderson probiert sich hier als eine waschechte Rockröhre, wie man das damals gerne in deutschen Musikzeitschriften beschrieb. Steve Howe klingt hier verdammt gut, aber es ist ein wenig absurd, wenn er so klingt, als würde er Eddie Van Halen channeln. Diese ganze Suite ist schon ein wenig seltsam, aber wie gesagt, wenn ich es mir nur alle paar Jahre anhöre, ist es eigentlich eine kuriose, exzentrische Angelegenheit. Und bei 27 reißt Bill Bruford dieses seltsame Schlagzeug intermezzo vom Sound, das wie Art of Noise klingt. Und Art of Noise hätten es nur eben zusammen gesampelt, während das hier linear aufgenommen ist. Am Ende des Albums wartet dann eine kleine Ballade auf uns als Abschlussstück der ganzen Platte unter drei Minuten lang und extrem charmant. Ich würde fast sagen, das ist in der Tat auch ein kleines Highlight auf dieser LP. Die Liner Notes führen hier Vangelis als den fünften Mitschreiber, woraus man vermuten kann, dass das Material von John Anderson eingebracht wurde aus einer seiner vielfältigen Aufnahmesessions mit Vangelis. Rest in Peace, Evangelos. Und dann ist diese etwas ungewöhnliche Platte zu Ende. Wie gesagt, das hier ist keine LP, die mich ständig anzieht und die ich mir in regelmäßigen Abständen anhören müsste. Aber wenn ich es dann dennoch tue, habe ich an diesem Album gar nicht so viel auszusetzen. Ich mache nicht alles hier, aber sogar die Sachen, die mir nicht unbedingt gefallen, haben etwas Interessantes. Und ich sehe hier drei Stücke, die ich eindeutig als großartig einstufen würde, nämlich Fist of Fire, Let's Pretend, aber vor allem das gigantische Birthright, was eigentlich zu meinen Lieblings-Yes-Nummern gehört, wenn ich so darüber nachdenke. Was die Bewertung betrifft, ich würde dazu tendieren, hier vermutlich solide drei Sterne zu geben. Aber die außergewöhnliche Klangqualität und die extrem spannende Natur von Birthright drängen mich dazu, hier schockierenderweise vier Sterne zu geben. Auch wenn mir klar ist, dass das vielleicht etwas verrückt klingt. Und gerade diese Gatefold-Version des Vinyl-Albums hat ein tolles Roger Dean Cover-Design. Die Band ging mit diesem Programm auch auf Tournee, was wiederum mit allerlei juristischen Schlachten einherging, da von Kalifornien aus Yes West versuchte gerichtlich zu verbieten, dass diese vier Musiker das Wort Yes in ihrem Promotion-Material benutzten. Yes West mochte zuvor erfolgreich erreicht haben, dass die vier in London sich nicht Yes nennen dürften. Doch diese neue Initiative ging den Richtern dann doch zu weit. Hier waren vier Musiker, die Material spielten, an dem sie 20 Jahre lang mitgeschrieben hatten. Am Ende nannte man die Tournee An Evening with Yes Music Plus und das war ein ziemlicher Erfolg. Später kam auch eine DVD und ein Live-Album dazu raus. Das Set-Programm war sehr anspruchsvoll und beinhaltete die schwierigsten Stücke der Band, wie Gates of Delirium. Letztendlich, wer damals diese Art von Stücke live von Yes West hätte hören wollen, bekam das einfach nicht. Das spielte man, das spielte einfach die Band um Squire und Trevor Rabin nicht. Und deswegen hatte Anderson, Bruford, Wakeman & Howe live einen ziemlichen Zulauf. Und als Tony Levin dann für kurze Zeit erkrankte, war es wieder Bill Bruford mit seinem unerschöpflichen Vorrat an Top-Liga-Bassisten. Und siehe da, plötzlich spielte der großartige Jeff Berlin in diesem Yes Spin-Off mit, so dass auf der Live-CD und auf der Konzert-DVD Jeff Berlin Bass spielt. Da herrschte aber auch eine positive Aufbruchsstimmung bei all den beteiligten Musikern. Pläne für ein zweites Album wurden gefasst und die Musiker begannen, neue Stücke zu schreiben. Und da war verdammt gutes Material mit dabei. Doch dann klingelte das Telefon. Und es kam wieder einmal alles ganz anders. Doch das ist nicht nur eine Geschichte für ein neues Video, sondern eine Story, wo ich etwas Anlauf nehmen muss. Denn das ist dann die Entstehungsgeschichte des bizarrsten Yes-Albums aller Zeiten. Ich rede natürlich von Union und da kommen einige Geschichten und Fäden zusammen. Somit bis dann und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Musik